halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch und freue mich dass du einschaltest zu einer neuen ausgabe der öPNV news wir haben es heute leider ein bisschen eigentlich deswegen machen wir mal jetzt hier ganz schnell aber wir haben ein bisschen viel um sie aber auch der transom world zeigt sich im neuen video das alles und mehr gibt es sich hier in den news münchen hat ein neues update veröffentlicht welches jetzt erschienen ist auf steam wird das ganze natürlich komplett automatisch runtergeladen da müsst ihr nichts weiter zu machen der busbahnhof arabella park ist nahezu fertig bald werden wir die strecke testen können und hier kommt noch ein zusatz zusammen mit der 154 ost werden wir euch fans etwas mit liefern dass wir noch nie öffentlich angekündigt haben und euch diese stadt münchen noch besser erleben lassen wird so heißt es aktuell im facebook tweet das ganze findet ihr natürlich unten in der video beschreibung weiterhin wurde jetzt auf omsi webdisk ein neuer bus jetzt noch angekündigt es handelt sich hierbei um einen volvo dieser ist ab jetzt verfügbar das bedeutet ihr könnt euch den runterladen und euch selbst am besten mal anschauen an sich sieht er ja schon sehr sehr schick aus sehr sehr hoch detailliert wir werden uns das ganze bestimmt im let's play dementsprechend mal anschauen auch bkg hat einen neuen bus jetzt angekündigt und dabei sieht das ganze dementsprechend so aus es handelt sich hierbei wahrscheinlich um einen britischen reisebus das ganze stammt jetzt hier aktuell noch aus blender wenn ihr davon mehr sehen möchtet können wir hier euch den link unten zum twitch kanal posten da könnt ihr euch denn die ganzen live streams dementsprechend mal angucken und noch mehr vom fahrzeug im video material anschauen master bus hat ein neues update veröffentlicht für den master bus gehen 3 diese präsentiert sich jetzt auch in einem video das video packen wir euch unten in der video beschreibung selbstverständlich mit rein wir sehen schon in der master bus gehen drei styles open top b5 tl also ab jetzt dann wie gesagt auch oben offen dementsprechend kann man jetzt auf berlin und sonst irgendwas jetzt da dementsprechend auch mal hier so eine touristenfahrt mit zu machen denn die sind ja meistens oben offen sieht auf jeden fall sehr schick aus und dass man hier das ganze immer noch update finden wir immer noch großartig also hier wirklich top support für einen wundervollen dlc den jetzt hier findet ihr natürlich auf steam könnt ihr euch selbstverständlich unten kaufen oder aber auch auf games planet da könnt ihr auch noch mal ein paar cent sparen aber auch eine neue map wurde angekündigt grande porto 2.0 so sieht das ganze jetzt dementsprechend aus eine neue omsi 2 karte die ja nicht in deutschland spielt auf jeden fall kann man hier sagen wenn man sich das video komplett mal anschaut ist es wieder sehr hübsch modelliert den video link findet ihr unten in der video beschreibung selbstverständlich weil sie euch das video mal vollständig angucken möchtet auf jeden fall kann man sich hier mal ein bisschen austoben wir werden uns die strecke bestimmt demnächst mal anschauen aber nicht nur das auch eine weitere neue strecke wurde für um sie zwei angekündigt und zwar stadt regio fliedland in der version 3 ist ab sofort erhältlich auch diese könnt ihr euch runterladen wenn ihr mal nicht in deutschland unterwegs sein wollt denn habt ihr jetzt hier die möglichkeit euch diese strecke mal anzuschauen die soll sehr sehr umfangreich sein deswegen werden wir uns das bestimmt auch demnächst mal angucken aber bis dahin habt ihr schon gemerkt ist unsere latte doch ja unsere liste riesen lang von daher werden wir da bis schon noch ein bisschen abwarten müssen und zu guter letzt haben wir noch transom world präsentiert sich in einem neuen video wird es hier sandpage great zeigt in tsw2 das video findet ihr natürlich auch wieder unten in der video beschreibung interessanterweise gibt es natürlich noch weitere bilder auf der seite von transom world und es gibt noch ein weiteres interessantes bild wo man züge ein icc zum beispiel hier auf sandpage great sieht bedeutet das eventuell dass man hier eventuell alle züge auf alle strecken jetzt mittlerweile benutzen kann was sagt ihr dazu wie findet ihr transom world 2 und werdet ihr euch das ganze holen oder sagte er so ich werde beim ersten das reicht mir dann nutzt gerne die kommentarfunktion schreibt am besten unten in die kommentare und dann können wir uns gerne mal darüber unterhalten und das war es schon das waren unsere öPNV news gab zwar noch die ein oder andere sache es gab noch ein update für den polygon light ein performance update und es gab ja noch so kleinere sachen ist jetzt nicht groß dramatisch wir wussten wir wissen auch noch nicht so hundertprozentig ob wir die neuesten bilder von düsseldorf schon gezeigt haben deswegen haben wir sie jetzt mal außen vor gelassen wenn ihr natürlich mehr von der entwicklung von lotus sehen wollt packen wir euch den link unten in die video beschreibung mit rein da wie gesagt gibt es neue bilder ich bin mir aber nicht mal zu 100 prozent sicher ob wir euch das ganze gezeigt haben deswegen ja verabschiede ich mich jetzt ich wünsche euch noch einen schönen sonntag es tut mir leid dass es wie gesagt heute ein bisschen schneller ging als sonst sonst wisst ihr kann ich ja quatschen bis zum umfallen aber nächste woche zu den öPNV news machen wir wieder gewohnte zeit ich verabschiede mich bedanke mich sage tschüss leute und einen schönen sonntag noch bis denn tschüss dann dann Untertitelung des ZDF, 2020